Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde des gepflegten Duftes. Wir freuen uns heute sehr, eure Gastgeber zu sein bei den Duftstars 2021. Es wird ein traumhafter Abend, der deutsche Parfumpreis heute. Los geht's. Bis bald. Duft hat was mit sehr viel Persönlichkeit zu tun. Duft ist nicht einfach irgendwie ein Produkt, sondern das zieht man sich an. Hier ist Stefan Kemen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Preis. Danke. Herzlichen Glückwunsch an das ganze Team. Ich hab mir den Duft hier gerade einmal rausgenommen. Das Wettbewerbsumfeld war wirklich unglaublich. Wir wollten was ganz Besonderes machen. Wir sind so, so stolz. Für diesen Duft war verantwortlich eine ganz, ganz talentierte Parfümierin Sonja Constant. Thank you. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön geht an David. Thank you so much for this Duff Stars Award. Das größte Dankeschön geht an euch zu Hause, die ihr heute für die Kampagne von Armani gestimmt habt. Ja, stolz. Wow. Dann ist es natürlich umso bedeutender, wenn man auch über 20 Jahre danach wirklich noch aktuell für das Publikum ist. Das ist ein Erfolg, den ganz vielen gehört. Und es freut uns natürlich sehr, dass diese Freude übergeschwackt ist auf die Jury. Team John, der ist für euch. Danke fürs Zuschauen. Dit怒 Das ist toll, ich bin mir sicher. Meter, dich zweif bonenisch. Aber eigentlich ist das Ppert kurk. Vielen Dank.